Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Project Unstable 6. Ja, ich habe zwei, drei Kleinigkeiten gemacht und ich brauche mal eine Meinung von euch. Ipewood oder Sprucewood? Ich kann mich nicht entscheiden, was ich besser finde. Decke müsste dann halt auch aus Ipewood werden, aber soll ich Ipewood nehmen oder soll ich Sprucewood nehmen? Es hat beides irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls wäre es schön, wenn ihr vielleicht da irgendwie sagt, hey, nimm das. Dann nehmen wir das. Äh, ja. Ich kann echt mich nicht entscheiden, was ich schöner finde. Das Ipewood an sich ist auch schön, aber das Sprucewood passt halt auch super zu. Es ist schwierig. Nun gut, ich habe noch ein Fenster gemacht und habe draußen auch noch ein bisschen was gemacht. Das kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Zack. Ich habe mal hier ein bisschen Außengestaltung gemacht. Äh, nur ein bisschen, natürlich nur hier in der Ecke erstmal. Ähm, hier weiß ich noch nicht genau, was ich hierhin mache. Das Botania-Zeug habe ich erstmal da hoch geschafft. Dorthin. Ähm, ja. Ich habe hier so einen kleinen Blueberry-Busch aufgebaut. Ähm, genau. Und, ja, hier muss ich mal noch gucken, was ich hierhin machen will. Vielleicht wollen wir hier irgendwie nochmal einen kleinen, äh, mal gucken. Ich habe noch ein, zwei Ideen, was man noch machen könnte. Äh, ja. Jedenfalls, das war jetzt erstmal so, dass es hier erstmal schon mal ein bisschen schöner aussieht hier an der Seite. Das war mal, wenn man hier so guckt. So, warte, ich muss ja richtig hinstellen. So, ne? So. Dann auch so. Dann sieht es halbwegs ordentlich aus. Dann denkt man schon mal, ach, gucke mal. Das sieht hier aber schon mal ordentlich aus. Aber wenn ich mich hier so hinstelle vielleicht. Ja, das muss noch ein bisschen schöner gemacht werden. Es gibt noch so zwei, drei Sachen. Äh, ich habe die Bienchen schon mal da hinten langsam weggetan. Da ist noch ein bisschen Baumform im Moment, weil ich ein bisschen Holz brauche. Ähm. Ja. Genau. So, das war das. Das war das. Das war das. Äh, ich habe Mana gemacht. Ähm. Ja. So, ich wollte noch was zeigen. Und zwar. Äh, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen. Und zwar. Das Zeug hier. Und zwar habe ich mal einen Circuit Board gemacht. Und zwar kann man nämlich in Maschinen, hat man hier so einen Slot, wo man einen Circuit Board rein slotten kann. Äh, und damit kann man die Maschine upgraden. Um es rauszunehmen, muss man mit einem Soldering Iron ran. Und mit dem Ding kann man auch zum Beispiel rechtsklick machen. Zack. Dann kann man da sein Circuit Board reinpacken. Und dann sehen wir jetzt hier. Zweimal. Das heißt, es sind Horns. Also. Ich gebe mir ja eine Circuit Boards. Ich gebe das nochmal. Das hat ein Electron Tube. Das hat zwei. Das hat drei. Das hat vier. Vier ist dabei das höchste. Aber dafür brauchen wir Iridium. Das ist doof. Hierfür brauchen wir Ender Chip. Aber ich sehe nicht ein. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen sollten. Äh, ich habe jetzt erstmal Enhanced gemacht gehabt. Und da können wir, äh, Tubes reinpacken. Und zwar habe ich mal zwei Tubes hier parat. Und zwar die Golden Electron Tube. Äh, weil Socketed Machines. Decreased Power Uses by 10%. Das heißt, wir verbrauchen 10% weniger. Und dann habe ich hier noch Blazing. Increased Speed by 25%. Increased Power Uses by 10%. Das heißt, die beiden zusammen sollten einfach nur die Maschine um 25% schneller machen. Hoffentlich. Genau. So. Das heißt, wir packen das Ding rein. Einmal Socken. Äh, Mensch, muss hier Maschine Upgrade. Zack. Und wenn ich das zweite Ding reinpacke, flup. Dann... No Layer Survival Block. Was? Warte, was? Was? Ich habe das doch erst gemacht. Was? Also, äh, der Beweis, dass es funktioniert, liegt übrigens hier drinnen. Ich nehme das mal raus. Das Ding hat Speedbooster und... Das. Warum? Warum? Okay, ich verstehe es nicht. Warum funktionierst du nicht? Board missing is inside board. Naftubes. Zack, zack. Jetzt. Okay, wenn ich es rein Shift-Klicke, funktioniert es aus irgendeinem Grund. Okay. Interessant. So, jetzt haben wir jetzt das zweite Circuitboard noch. So. Und zwar, wie gesagt, eins habe ich hier schon mal in die Sand Refuge reingepackt. Und das zweite packe ich jetzt noch in den Squeezer rein. Damit ist der Squeezer auch ein bisschen besser jetzt von der Funktionsweise in Carbon. Da kann ich leider nicht socken. Äh, das ist ein bisschen schade. Äh, ja. Nun gut. Und dafür brauchte ich hier den Thermo-Ionic Fabricator. Äh, da packt man hier Glas rein. Dann schmilzt das auf und dann bekommt man Glas raus. Und das Glas braucht man dann zusammen mit halt dem Rezept. Und dann kriegt man daraus diese Tubes. Genau. Und die kann man dann zum Beispiel für Farben benutzen. An anderen Stellen. Mal gucken. Electron Tube. Die gibt es für alles mögliche. Gibt es hier dann für zum Beispiel auch Engines. Electrical Stimulator kann man was machen. Der praktisch die Bienen dann nochmal ein bisschen verändert. Hier Increased Mutation. Increased Genetic Decay. Blablab. Äh, Automated Farms. Und so weiter. Es gibt für alles mögliche was. Hier ist es zum Beispiel für Blumenfarmen und all sowas. Nun gut. Äh, soviel erstmal dazu. Genau. Äh, das wollte ich nochmal gezeigt haben. Wie das funktioniert und dass man das machen kann. Weil das ist relativ praktisch. Und das, wie gesagt, diese Circuit Boards kann man an vielen Stellen nutzen. Kann man in ein paar Maschinen wirklich nutzen. Ähm, und die Maschinen dadurch besser machen. Und wie gesagt, man kann ja bis zu einer absolut Enhanced machen. Und da kann man dann viermal Speedboost reinpacken, wenn ich mir recht entsinne. Ähm, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Äh, auf jeden Fall sollte dann, man sollte auf jeden Fall ordentlich Menge machen können als Zeug. Genau. Ähm, dann hatte ich nochmal ein bisschen was überlegt wegen unserer Stromversorgung. Und das möchte ich heute gerne dann noch angehen. Aber erstmal mal, wo Tanja soweit fertig. Äh, da finde ich noch ein bisschen. So. Äh, und zwar habe ich nämlich überlegt, wir machen heute mal ein bisschen unsere Stromproduktion so, das hier automatisch angeht, wenn wir praktisch zu wenig Strom haben. Das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, wenn von der einen Quelle nicht genug Strom kommt, nimm die andere Quelle dazu. Ich will das jetzt zu einem Energiesystem zusammenfassen im Endeffekt. So, genau. Aber erstmal hierzu. Ich habe ein meiner Tablet. Ich habe auch irgendwo... Äh, äh, das Ding. Ja. Zack. Eins, zwei, drei... Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bisschen haben wir noch da. Sollte jetzt hoffentlich reichen, um das Portal anzumachen. Der Vorteil ist, das Portal kostet nur einmal was zur Aktivierung und es offen zu halten, kostet nicht mehr Mana. Das heißt, das geht jetzt nicht zu nach einer Zeit, wie es sonst immer der Fall war, was relativ schön ist. Sondern es kostet jetzt wirklich nur Mana, Dinge reinzuschmeißen, nicht das Portal aufrechtzuerhalten. Das ist relativ schön. So. Jetzt machen wir folgendes. Füllen wir das mal kurz hier rein. So. Und ich hole auch nochmal ein bisschen Kohle, glaube ich. So. Jetzt machen wir mal ein Elementium dann. Aber ich hole mal ganz kurz... Ups. Äh, ein bisschen Kohle. Dann machen wir nochmal hier die Dinger kurz an. Oh, meine Kohle neigt sich langsam wieder in. Ich habe nur noch ein Stack. Kohleblöcke. Ich muss mal wieder meinen gehen. So. Flupp. Das geht nochmal los. So. Äh, und dann können wir jetzt was machen, dass die einfach mal hier reinschmeißen. Zack, zack. Und flupp. Elementium. Yay! Wir haben es. Wunderbar. Und, ähm... Brauchte ich dafür... Ja, dafür brauchte ich halt das Ding. Okay. So, und jetzt steht uns nochmal ein bisschen was mehr zur Verfügung. Wir können jetzt ein Apprentice Blood Orb machen. Dafür brauchen wir nämlich einen... Ähm... Wie heißt das Ding? Äh... Ein Dragonstone. Äh... Magical Blood Orb könnten wir jetzt theoretisch auch machen, wenn wir den Altar noch weiter upgraden. Äh... Sag nicht, jetzt ist der Bug auch in meinem Mod drinne. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ähm... 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 Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Warum? Ähm... 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 Ich muss... Hier hin. Ist doch alles da. Warum... Warum funktionierst du wieder nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Warum funktioniert das nicht? Warum muss es immer Probleme geben? Äh... Moment. Zack. Ähm... 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 Gateway. Wie sucht das? Nux is 6. Ist... Okay, aus irgendeinem Grund hat er es nicht registriert. Kein Wunder, dass es nicht geht. Geht's jetzt? Nope. Jetzt geht's. Ah! Ah, ich hab den Mod gefixt, aber nicht auf den Zoo. Ich muss den Zoo unterstotten. Ich bin dumm. Ah! Okay. Ich hab das gefixt. Ja, okay. So. Jedenfalls, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten. Wir können jetzt die Manch-Due machen. Wir können die... Ähm... Wir können ein paar Blumen machen. Äh... Die uns helfen, praktisch nur ein paar... Kreaturen von uns fernzuhalten. Wir können die Agri-Carnation machen. Wir können die Rose-Arcana machen. Und die Rose-Arcana ist das, was ich jetzt erstmal als erstes gerne machen würde. Ähm... Man-The-Brain. Zack. Weil, damit sollten wir jetzt erstmal... Äh... Wir können, mithilfe der Rose-Arcana, können wir nämlich XP umwandeln in... Ähm... Mana. Ja, ich brauch den Turm. Imbued Slate. Okay, wir müssen nur das Altar nochmal aufgehen. Bitte sagt mir, dass ich... Bitte... Apprentice. Magican. Wir brauchen ein Tier 3, Alter. Ach Gott. Ich hasse es jetzt schon wieder. Verdammt. Ich dachte, ich komm drumrum. Ich hab vergessen, dass ich das ja extra reingepackt habe. Damit man nicht drumrum kann. Nein. Okay. Gut. Alles klar. Also, wir brauchen Run of Mana. Wir brauchen Run of Spring. Wir brauchen ein bisschen Zeug. Das ist... Ja. Wunderbar. Gut. Äh... Dann machen wir jetzt zum Glück erstmal das andere mit unserem... Mit unserem Stroh. Oh, Mann. Okay. Ähm. Dann brauch ich noch ein bisschen Theorie. Oh. Manchtio. Wir können auch eine Manchtio machen. Hm. Guck mal. So, Ascensioned Armor Jam. Dafür bräuchten wir jetzt auch das erste Mal. Augmented Capacity Room bringen. Dann brauchst man nichts. Ähm. Ja. Okay. Gut. Ähm. So viel dazu. Äh. Schlimm, wenn man sich in seinem eigenen Modpack nicht mehr auskennt. Ja, aber es ist richtig. Es sollte erst mal jetzt Blood Magic dann eigentlich nur weitermachen. Der Altar Upgrade. Wie viele Slates hab ich eigentlich? 14. Das heißt, wir haben... Es ist zu wenig. Ich muss da noch mehr machen. Okay. Dann muss ich mich nochmal ansetzen. Weil theoretisch... Ich hatte auch mal geguckt. Und zwar die Self Sacrifice. Äh. Sachen brauchen auch im Bute Slay. Das heißt, ich brauche auch ein Tier 3 Altar. Was auch wieder doof ist. Äh. Äh. Das heißt, wir machen uns doch den in den Kennzaltar. Den müssen wir uns doch machen. Na gut. Kriegen wir hin. Machen wir dann. Äh. Erstmal Stromsituationen. Das ist erst mal jedenfalls mir wichtiger. Äh. Äh. Und zwar gibt es einen wunderschönen Block. Und zwar den sogenannten Power Monitor. Von Ender.io. Der erlaubt folgendes. Äh. Wenn wir den mal jetzt irgendwo hinpacken. Und ich mal noch ein paar Energy Convents nehme. Äh. Convents. Es müssen Energy Convents leider sein. Aber. Wenn ich welche nehme. Kann ich das jetzt hier verbinden. Und dann sehe ich. Ein paar Sachen. Hätte ich jetzt eine Capacitor Bank anstatt. Der Energy Cell wird es besser funktionieren. Die Energy Cell wird einfach nur als Maschinenbuffer sozusagen jetzt gewertet. Aber wir sehen jetzt praktisch wie viel hier drin ist. In diesem Buffer. Ähm. Wir sehen wie viel. In Output ist. In diesem Kabelnetzwerk. Das ist jetzt. Relativ uninteressant für uns erstmal was wir machen wollen. Ähm. Und. Wir können hier noch was weiteres machen. Und zwar. Emet Redstone Signal. Wenn Storage. Left than. Zahl. Voll. Stop. Wenn Storage. Greater or equal to. Da da da. Voll. Das heißt. Wir können uns eine Automatisierung basteln. Welche folgendermaßen funktioniert. Ich möchte nämlich gerne. Ähm. 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 Ich glaube das muss nochmal weg. Okay. Müssen wir mal gucken. So. Ähm. Was ich nämlich gerne machen würde. Ist folgendes. Ich möchte gerne noch das. Den Vist Generator da. Mit anschließen. Und den kann ich ja ausschalten. Und den kann ich ja ausschalten mit Hilfe von Redstone und anschalten. Das heißt. Ich kann mir den mal ganz kurz nehmen. Redstone Torch mach ich nochmal ganz schnell. Stick. Zack. So. So. Und zwar kann ich jetzt nämlich zum Beispiel sagen. dass er ein Redstone-Signal ausgeben soll. Wenn Storage niedriger ist als sag ich mal 50%. Klick. Ah. Oder geht's nur bei Capacitor Bank Storage. Das kann auch sein, oder? Doch. Es funktioniert auch hier. Wunderbar. Okay. 75. Äh. Das heißt 50 ist wahrscheinlich gerundet, ne? Ja. Wunderbar. Okay. Es funktioniert. Super. Ähm. Das heißt wir können das abfragen. Das ist super. Was passiert eigentlich, wenn ich das Ding direkt dran stelle? Oh. Es braucht eine Convert. Okay. Äh. Das Ding an sich würde Strom verbrauchen. Was ich nicht mag. Äh. Wenn ich das Ding hier anschließe, dann wird er sehen. Jetzt hier verbrauchen wir im Moment keinen Strom. Ich schließe das Ding an. Wir verbrauchen Strom. Meine Convert Storage geht halt nur bis zum gewissen Ding. Und jetzt sehen wir hier 5 RF pro Tick frisst das Ding anscheinend konstant. Deswegen, das möchte ich nicht. Deswegen bauen wir mal das woanders hin. Und nicht ins Netzwerk direkt rein, weil es auch so funktioniert. Ich weiß nicht warum das der Fall ist, aber aus irgendeinem Grund macht es das. Gut. Ähm. Dann cutte ich erstmal ganz kurz das hier weg. So. Und zwar möchte ich gerne, wir können das sogar eigentlich hier oben dran machen. Fällt mir gerade auf. Hm. 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 Und jetzt upgraden. So. Machen wir mal folgendes. Ähm. Äh. Geht das nicht damit? So. Wunderbar. So. Machen wir das mal einmal dicht hier. So. Dann machen wir nämlich die Seite weg. Dann bauen wir dann kann ich mich hier drüber meinen Power Monitor anschließen. Und der stellen wir jetzt wieder ein. Mit Redstone Signal, wenn Storage less than 50%. So, solange es unter 50% ist. Und aufhören tust du, wenn er bei 80 ist. So. Und dann packen wir da jetzt die Redstone Torch hin. Und müssen jetzt einfach nur noch dafür sorgen, dass wir den Vis Generate anschließen. Das kann ich mal benutze ich das auch so. Ach, ich kann den drehen. Wunderbar. Warte mal. Kann ich den da hier so? Nein, nicht so. 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 So, das Ding sollte jetzt ordentlich Strom bekommen. Und zwar, das sollte folgendermaßen funktionieren. Wenn wir unter 50% kommen, schaltet sich das Ding an. Äh. Und generieren wir uns Strom. Sollte jetzt hier auch Strom verbrauchen, ne? Ja. Also, was heißt Strom? Ähm. Energie. Ja, das kann ich sein. Okay. Ähm. Und zwar. Kann ich das Ding hier, äh, damit kontrollieren. Also, es sollte eigentlich funktionieren. Wenn ich jetzt das Ding hier theoretisch ausschalten würde, mal kurz. Sollte das hier nicht mehr arbeiten. Oder? Das sind halt immer noch diese Glitzerpartikel-Effekte. Ich weiß nicht, ob das... Okay, wir können auf jeden Fall jetzt ein bisschen Energie generieren. Äh. Und wir haben es jetzt so gemacht. Das Ding speist sich jetzt mit hier ran. Es ist ja immer pro Connection der Input. Das heißt, ähm, wir haben hier 64 plus noch ein bisschen, ich glaube, 80 waren es insgesamt, ne? Die wir im Moment haben. 64 plus 60 macht 80, ja. 80. Das heißt, wir sind jetzt im Moment bei 100 EF pro Tick und wir haben zwei Anschlüsse. Das heißt, wir kommen mit, ähm, so 124 kommen wir raus. Äh, 128 EF können wir maximal übertragen. Das heißt, das Ding funktioniert. Das kriegen wir zusammen. Und das sollte jetzt theoretisch funktionieren. Das Ding auffüllen. Ähm, sobald wir unter 50% fallen in dieser Energy Cell. Und danach geht das Ding an, bis wir wieder bei 80% sind. Das heißt, es ist, ähm, warte mal, wenn wir, 50% sind Millionen und 80% sind dann so 800, ne, nicht 800.000, krass, erzähl ich. Äh, was sind denn 80% von einer Million sind 800.000. Das heißt, wir haben bei so einer Million 600.000. Das heißt, 600.000 EF produzieren wir dann mehr, sobald wir unter 500 sind. Äh, das Ding praktisch zusätzlich als Stütze, damit wir da nochmal ein bisschen hochkommen vom Strom und dann geht's wieder aus. Und, äh, was ich ja gerne machen würde, ist den Strom komplett verbinden. Dass auch noch, äh, das hier mit angeschlossen ist. Ähm, das Ding kann ich ja auch theoretisch mit Letzter und An- und Ausschalten. Ich weiß nur nicht. Ich will mal ganz kurz probieren. Wenn ich, hab ich noch einen Hebel? Ja, wunderbar. Äh, gib mir mal irgendwas, wo ich jetzt nicht unbedingt so sehr verschwende, wie zum Beispiel. Nehmen wir mal, nehmen wir mal eine Holzkohle, die brennt ein bisschen länger. So. Und zwar, wenn ich das Ding jetzt mal hier so habe, soll das Ding ja nicht angehen. So, wenn ich das mal anmache. Er produziert trotzdem noch das raus, was er gerade drin hat. Okay. Das war jetzt, was mich interessiert hat. Okay. Quatsch. Ups. Zack. Ähm, das bedeutet nämlich, wir müssten dann das Ding so ausschalten. Ich meine, der Speicher ist hoch genug, dass es theoretisch noch einen Block wegbrennen kann. Ähm, ja. Ich guck nur mal hier, weil ich, ja guck mal, wir sind schon auf 143 runter. Das geht ganz schön schnell hier runter. Ähm. Ich mach mal erstmal mal aus. Wir machen mal noch ein bisschen was. Und zwar, tu ich mal ein paar Bäumchen fällen dahinter. Ähm. Das hier ist der Chunk, ne? Wir machen mal ein bisschen Platz. Äh. Ich fäll mal hier ein paar Bäumchen. Äh. Und wir pflanzen mal hier ein bisschen Silverwood Bäume an. In der Hoffnung, dass die Deregenerierung so boosten können, dass das, äh, am Ende funktioniert. Ich glaube nicht, dass es ausreichen wird. Und wenn ich jetzt einfach nur Silverwood Bäume hinpflanze. Ähm. Die Alternative wären dann noch Whiskristall, die wir jetzt eh mal züchten müssen. Weil ich, ich hoffe, man kann die sich auch züchten. Weil ich hab jetzt in manchen Forumen gelesen, dass man sie sich noch nicht züchten kann. Dass sie sich noch nicht vermehren. Ähm. Muss ich mal gucken. Weil die boosten ja auch praktisch die Regenerierung des Swiss. Noch mal ein bisschen. Ähm. So. Dann hab ich hier wieder einen Chunk aus. Erst mal kurz. So. So. Machen wir erstmal ein bisschen weg. Gut. Und dann mach ich mal hier einfach das bei ein, zwei Silverwood Bäume hin. Hab ich gesagt. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. So. Weil dadurch sollte ich theoretisch auch für die Nacht. Ne, ich produziere nicht ansatzweise genug. Ähm. In der Nacht. Damit, äh, meinem E-System ablaufen bleibt. Aber. Es ist trotzdem so, dass erstmal eine kleine Regenerierung in der Region da ist. Und später bauen wir das auf das Ding hier um. Äh. Ich will nur erstmal gucken, wie sehr wir das jetzt ausreißen können. Und deswegen probieren wir das einfach mal. Und dann noch passiven in der Gegend. Mit dem Wiss-Ding da. Zack. Super. Dann die Hauf-Growth. Bitteschön. Zack. Flug. Flug. So. Machen wir mal den Chunk an hier. Machen wir mal einen hier hin. Ups. Zack. So. Jetzt will ich nochmal ganz kurz hier dafür sorgen, dass ich nicht die Blätter stehen bleibe. So. Äh. Ich will eigentlich die Blätter komplett weg hatten. Machen wir mal. Ich mach mal ganz kurz hier. Ups. Es ist immer ganz wichtig, Geräusche zu machen bei allem, was man tut. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber man ist immer alles nochmal untermauern. Mit irgendwelchen Geräuschen. So. Dann. Machen wir hier noch einen hin. Würde ich sagen. Na. Können wir mal einen Block weit nach links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Vier oder fünf. Ne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Äh. Können wir sogar noch einen jetzt setzen. Nein. So. Zack. Immer klicke ich dahinter auf den Block. So. Ah. Und es ist im Chunk. Es ist komplett im Chunk. Ah. Ich bin. Ich bin gut. So. Theoretisch sollte das jetzt. Das Wissen bisschen boosten hier. Missgenerierung. Wir sind bei 190,1. Okay. Warte. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Gucken mal. Ich nehme an. Es wird nicht reichen. Ich bräuchte wahrscheinlich einen Haufen Silberbäume, damit es funktioniert. Aber. Ups. Ähm. Ja. Wir werden einfach mal. Und. Zack. Wir nehmen langsam ab. Ja. Wir gehen runter. Also. Es bringt nicht, was ich erhofft habe. Äh. In dem Trotz. Also. Okay. Also. Wir brauchen definitiv. Wie gesagt. Ich will. Ich will gerne mal ein bisschen ausprobieren. Äh. Wir können ja auch theoretisch die. Ähm. Die. Kristalle. Sind ja so ein bisschen wie Batterien. Da. Und die könnten wir machen. Die sind ja gar nicht so schwer. Wir brauchen eher. Wir brauchen Winculum. Und wir brauchen Vitreus. Äh. Salismundes. Ein Schad. Und ein Seed. Das ist jetzt nicht unbedingt so schwer. Schwer. Ich glaube. Hm. Wir brauchen das heute noch. Jedenfalls. Ich muss mir nochmal irgendwas einfallen lassen. Wegen Kabeln. Äh. Ich hatte auch überlegt. Ob wir. Die. MV-Violain. Ähm. Einzige Problem ist halt. Wir verlieren 5% alle 16 Blöcke von unserem Strom. Das heißt. Wenn wir 80. Äh. 100. 80. Sagen wir mal 100. 100 Rf pro Tick. Äh. Machen. Verlieren wir 5 Rf pro Tick. Einfach nur dafür. Dass wir die Strecke nutzen. Wo halt. Die Frage ist. Lohnt sich das. Äh. Äh. Bei unserem Stromverbrauch. Wir können halt 512 übertragen. Wenn ich mal echt im Sinne. Warte. Äh. 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 512. Jo. Hm. Weil das Problem ist. Das Ding macht ja hier. Äh. Äh. 151. Äh. Das kann ich nicht über meine Conduit übertragen. Deswegen habe ich ja erst mal ein Capacitor daneben stehen. Damit wir erst mal alles irgendwie abfangen können. Ähm. Ich könnte jetzt als nächste Conduit käme theoretisch. Äh. Die Ledstone Flux Duct. Die Ledstone Flux Duct. Äh. Benötigt halt. Energetic Alloy. Das heißt. Wir brauchen. Elektrum. Äh. Redstone. Äh. Glowstone. Und wir brauchen halt Silber und Gold. Ähm. Daraus könnten wir dann noch die Harden machen. Mit Harden, Glas und Electrical Steel. Das ist eigentlich auch nicht so schwer. Da hätten wir auch 512 f pro Tick. Ähm. Weil 128 sind eigentlich immer noch zu wenig. Oder ich mache halt wirklich so ein MV. Weil ach, die sind die Konnektoren zu teuer. Ähm. Weil die MV-Konnektoren. Die brauchen nämlich Dense Constantin Plates. Das heißt, wir brauchen einen Haufen Kupfer. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Ähm. Und ansonsten. Hatte ich glaube ich noch gar nicht die Möglichkeit, jetzt die nächsten zu machen. Ähm. Da bräuchte ich Vibe und Alloy, um dann die nächste. Generationen zu machen. Das war. Den. Enhanced. Typ. Warte. Flax Electrum. Das war doch nichts anderes als. Electrum Blend. Genau. Und Induction Smelter. Den könnte ich machen. Dann könnten wir das machen. Könnten wir die Dinger machen. Ähm. Ich bin übrigens immer noch nicht zufrieden mit dem Flachselektrum. Rezept, äh. Ah, das werde ich jetzt diese Staffel nicht ändern. Das ist dann ab nächster Staffel wird dann wahrscheinlich ein von uns eigens eingefügtes Inget-Item in irgendeiner Form hier diese Platten dann ersetzen. Was auf eine andere Art schwerer ist. Was nicht jetzt schwerer ist im Sinne von, ich brauche mehr Ressourcen, sondern wahrscheinlich wird es ein eigenes Erz werden. Was dann irgendwie mit was kombiniert werden muss mit Redstone. Naja, gut. So. Ähm. Jedenfalls. Wo waren wir stehen? Äh. Die Folgestende. Wow. Okay. Ähm. Manche. Zack, zack. Äh. Ja. Wir haben auf jeden Fall geguckt. Das funktioniert. Ich glaube es geht auch nicht so sehr runter wie das letzte Mal. Ich meine wir sind fast bei der Hälfte. Das Ding soll ja dann theoretisch, ich muss mal gucken, dass wir so ein bisschen feintunen. Auf jeden Fall muss ich mir überlegen wie wir den Strom ertragen wollen. Ihr könnt ja mal sagen, wollen wir MV Capacitor machen und wollen lieber den Stromverlust in Kauf nehmen oder soll ich alles mit den normalen Converts machen, die wir jetzt haben für 64 AF pro Tick beziehungsweise letzter und vielleicht mit 128 AF pro Tick das da irgendwie verkabeln und das hoffen wir. Ich meine keine Maschine verbraucht im Moment mehr als 64 AF pro Tick. Der Macworld Crucible ist mit 50 AF pro Tick das höchste vom Verbrauch, was wir haben. Ähm. Ich weiß noch nicht. Ich meine Maschinen kommen dann sicher eh noch dazu, aber ne. Hm. Mal gucken. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So. Ähm. War sonst noch irgendwas, was ich jetzt noch, ähm, eigentlich nicht. Der Rest ist jetzt erstmal wieder für mich mehr tun, mehr machen. Ähm. Nächste Folge werden wir dann mal anfangen und es vielleicht, also da muss ich gucken, ob das nächste Folge wird oder ob es wieder dazwischen folgen wird, dass wir ein bisschen mal die Cultivated und die Common ein bisschen, äh, kreuzen. Beziehungsweise ich werde offscreen einfach mal, ich nehme mal das Bienenhaus, da mutiert wenigstens nicht. Vielleicht gar nicht so dumm. Äh, ich tue mal ne Biene umzüchten schon mal. Äh, also, wo sind wir jetzt hier? Boreal Forest. Okay. Wobei. Moment. Äh, ja. Ich glaube, ich mache das doch ein bisschen anders. Ich packe die hier rein. Äh. So. Ich packe die hier rein und dann mache ich, ach, diese Gnobe. Okay. Äh. B-b-b-b-b-bam. Die ist auch ein Gnobe. Okay. Muss ich gucken. Ich habe noch irgendwo sicher einen, die nicht ein Gnobe ist und dann machen wir die nämlich nochmal zu einer, zu einer Zuchtbiene. Also zu praktisch einer Biene, die wir dann verändern. Hier zum Beispiel die Pristine. So, einmal das. Und dann machen wir jetzt da folgendes. Wir wollen die jetzt zwangsmutieren lassen. In ne Kultivate oder ne Kommen? Eigentlich ne Kultivate. Davon habe ich mehr Drohnen. Zack. Go. Ich will nicht das immutieren. Ich will einfach nur, dass die jetzt durchrattern. Und ich will gucken. Deswegen habe ich das jetzt doch in den Apiary gepackt. Äh. Ich will versuchen, dass ich vielleicht das Biom ändern kann. Dass das Biom ist ein kaltes Biom. Weil die brauchen ja alle jetzt hier im River im Moment. Äh. Weil das Biom wesentlich schöner ist für die Bienen. Weil da können sie besser arbeiten. Und ein Habitat-Former kann ich noch nicht machen. Deswegen. Und ich habe keine Lust, das alles hier auf der Brücke zu machen. Da muss ich echt mal gucken, wie wir das dann machen. Nun gut. Jetzt erstmal. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Und bis dann. Ciao.